Und der letzte Redner in der Aktuellen Stunde, Jürgen Hardt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es gut, dass die Fraktionen auch die Gelegenheit geben, mit Daniela der Ridder und mir Außenpolitikern zu diesem Thema das Wort zu ergreifen. Entschuldigung, wie konnte mir das passieren? Es tut mir wirklich leid. Diese Bewerbungsrede als Bundesaußenminister einer schwarz-grünen Regierung, die ist überall so angekommen. Ich möchte auf die außenpolitischen Aspekte eingehen. Wir haben es uns als Deutschland mit dem Thema Nord Stream 2 bei unseren Partnern leider selbst sehr schwer gemacht. Wir hätten von Anfang an wesentlich offener, wesentlich transparenter mit Polen, mit den Balken, mit anderen, auch mit Brüssel über dieses Projekt reden müssen. Aber da von Anfang an der nicht von der Hand zu weisende Eindruck entstanden war mit diesem Investitionsprojekt Nord Stream 2, verbinde ein früherer Bundeskanzler persönliche wirtschaftliche Interessen, hat uns diese Chance ein Stück weit verhagelt. Und auch die Aussage der Bundesregierung, das sei ein rein privatwirtschaftliches Projekt, war natürlich nicht hilfreich. Weil ein Land wie Deutschland, dem Augenblick, wo wichtige europäische Partner wie Polen, wie die baltischen Staaten, auch wie die Brüsseler Kommission sagen, es hat eine politische, eine europapolitische Dimension, dann muss Deutschland einfach anerkennen, dass das so ist und muss es auch in diesem Sinne bearbeiten. Das heißt ja nicht, dass man dann nicht die eigene Überzeugungskraft auch einsetzt, um das Projekt trotzdem hinzukriegen. Aber man muss sich eben diese Mühe machen und man darf nicht wegtauchen vor dieser europapolitischen Debatte. Es ist insbesondere auch eine Debatte unseres Verhältnisses zu Russland. Und da ist natürlich die Frage des Gases schon seit langer Zeit ein wichtiges Thema. Ich erinnere mich an die Diskussion der 70er Jahre, ist es sinnvoll, dass ein deutsches Unternehmen Röhren liefert nach Russland, damals Sowjetunion, damit russisches, sowjetisches Gas, damals sowjetisches Gas nach Deutschland und Europa kommt. Im Übrigen haben wir das gemacht. Wir sind davon überzeugt, dass es ein Beitrag zur Entspannung der Politik in den 80er Jahren geworden ist, weil natürlich auch die Russen, die Sowjets und dann die Russen, die Einnahmen aus diesem Gas für sehr lohnenswert gehalten haben. Und es hat damals auch aus Amerika nicht die Proteste gegeben wie heute, weil natürlich Amerika damals mehr Energie importierte und nun zum Exporteur von Energie wird. Ein Schuft, wer Böses dabei denkt. Also das Thema hat eine ganze Reihe von außenpolitischen globalen Aspekten. Und damit bin ich beim Thema USA und der hier angesprochenen Problematik mit der extraterritorialen Wirkung von Sanktionen oder gar von direkten Sanktionen gegen Unternehmen, die jetzt entweder im Iran oder eben auch bei diesem Projekt Nord Stream 2 beteiligt sind. Ich glaube, allein deshalb hat Nord Stream 2 eine europäische Dimension, weil die Frage der gemeinsamen Antwort, wie wir auf solche unfaire Wirtschaftspolitik von Amerika, wie wir sie befürchten müssen, reagieren, kann nur eine gemeinsame europäische sein. Ich erinnere daran, dass die gegenwärtige Handelsauseinandersetzung mit den USA über Stahl- und Aluminiumzölle, aber eben auch über drohende Automobilzölle nur durch eine gemeinsame geschlossene Antwort der Europäischen Union beantwortet werden kann. Und das gelingt ja im Augenblick auch in der Form, dass wir zum Beispiel durch die Geschlossenheit der EU, amerikanische Soja und andere Agrarprodukte auf den europäischen Markt zu lassen, eine Position aufbauen, in der es dem amerikanischen Präsidenten schon schwerfallen würde, jetzt Handelsauseinandersetzung mit Europa anzufangen, weil man dann genau an dieser Stelle wieder kappen kann. Ich finde also, allein das belegt die Notwendigkeit, dass wir solche Fragen, die die Energieversorgung in Europa insgesamt angehen, gemeinsam mit europäischen Partnern abstimmen, weil wir deren Solidarität brauchen, wenn es hinterher darum geht, zum Beispiel Firmen wie Wintershall oder andere, die an dem Projekt beteiligt sind, entsprechend zu schützen vor ungerechtfertigten, unangemessenen Maßnahmen, wie sie in Amerika ja gegenwärtig diskutiert werden. Es gibt in Europa auch eine große Einigkeit, dass es eine Notwendigkeit der Diversifizierung von Gas gibt, was im Übrigen heißt, dass man die Sicherheit haben muss, dass man auf bestimmtes Gas nicht angewiesen sein wird. Es wird garantiert so sein, und das hat mir die frühere Präsidentin von Litauen gesagt, Frau Gürbaus-Keite, die haben ein Flüssigkeits-Gas-Terminal, und seit sie das haben, beziehen sie weiter fleißig russisches Gas, aber zu wesentlich besseren Konditionen, als das vorher der Fall ist, weil nämlich der Lieferant auf der anderen Seite, Gazprom, genau weiß, wenn wir das wirtschaftlich oder politisch als Druckmittel einsetzen, dann verlieren wir unser Geschäft. Und genau so müssen wir unsere Diversifikation anstellen, und da sind die Amerikaner Partner, aber die Europäer umso mehr zum geschlossenen Handeln aufgefordert. Dankeschön. Vielen Dank.